Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest Malowness Zuflucht anzunehmen bei Rensarg Vosuf in Dev Heiden der Träume. An dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, begebe mich nun nach Dalawan durch das Portal, was sich hier im Heiden der Träume befindet, das sich an dieser Position befindet. Ich kann auch die Map aufmachen mit Koordinaten. Ich muss mich zu dieser Position begeben. Nun werde ich beim Flugmeister den Greif nach Lovlatil nehmen. Solltet ihr den Greif noch nicht haben, könnt ihr schnell die Vorquest zu Valschafa machen. Und dann seid ihr ganz schnell in Lovlatil. Flugzeit nutze ich dazu euch darauf hinzuweisen, dass falls euch meine Videos surfen, ihr wenn ihr gerne einen Daumen hoch geben dürft. Worüber ich mich auch sehr freue, ist wenn ihr mich abonniert. Da bin ich dann besonders motiviert, Wide Web-Quests aufzunehmen und hochzuladen. Natürlich dürft ihr auch Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Ich versuche alles möglichst schnell zu beantworten. Was mir auch sehr hilft, ist wenn ihr die Videos teilt und verbreitet. Das sorgt dafür, dass der Kanal natürlich mehr Klicks hat. So, über die Hälfte des Fluges habe ich. Wie ihr seht, quäste ich als Eule. Die meisten VOD Sachen sind schon ausgetauscht. Viele habe ich aber auch noch. Naja. Bis 110 werden die ganzen Items durch Quest-Items ausgetauscht sein. Da bin ich auch schon bei Malowness zur Flucht. Quest ist abzugeben bei Pervoll-Bevenfell in Valshava an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao.